Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Heinz Gärtner, Politwissenschaftler, einen wunderschönen guten Tag. Grüß Gott. Schön, dass Sie sich heute am Sonntag die Zeit genommen haben. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir sind alle wirklich schockiert von den Bildern, die wir da seit Tagen, ja seit Wochen mittlerweile sehen müssen aus der Ukraine. Wir füllen alle mit den Ukrainern, die ja für uns gefühlt auch Europäer sind und die da flüchten müssen, die alle ihr Hab und Gut zurücklassen müssen. Die große Frage, die sich jetzt viele bei uns stellen, ist, kann man da wirklich zuschauen, weil die NATO darf ja nicht eingreifen. Also zuschauen darf man auf keinen Fall. Also wir sehen nicht nur einen Angriffskrieg von Putin, sondern auch eine, wie wir auch gehört haben, wir sehen eine Brutalisierung des Krieges. Das heißt, zunehmend werden zivile Menschen, Ziele von Anschlägen und von Bombardements und von Artilleriebeschuss. Das heißt sozusagen, je weiter der Krieg fortschreitet, desto weniger wird es die Möglichkeit geben für eine diplomatische Lösung. Deswegen muss man jetzt eine diplomatische Lösung herbeiführen. Es muss einen Waffenstillstand geben. Es gibt ja Verhandlungen und der Waffenstillstand muss länger dauern und nicht nur über die Konvois, über die Schutzkonvois gehen, sondern man müsste den Waffenstillstand auch nutzen, um konkrete Vorschläge zu unterbreiten. Also Rednerleihen reicht nicht. Maximalforderungen von beiden Seiten, das wird nicht möglich sein, dass man durchsetzt, um das Töten und das Morden und den Krieg zumindest eine Zeit lang aufschieben zu können, dass man eine diplomatische Lösung findet, dass der Krieg dann vielleicht doch ein Ende findet. Es gibt keine gute Lösung für beide Seiten nicht. Es gibt nicht mehr eine gute Lösung. Also beide Seiten müssen einsehen, dass was immer der Krieg bringt, hat negative Konsequenzen für sie, politisch und auch militärisch und vor allem zivil. Aber insbesondere natürlich für die Ukraine. Insbesondere für die Ukraine, klarerweise. Aber je mehr der Krieg fortschreitet und die russischen Truppen Erfolge bekommen werden, desto höher wird der Preis sein, den Russland verlangt. Leider. Es kann natürlich auch sein, dass sich der Krieg, also in einem Abnutzungskrieg festfährt und auch, dass auch Russland betroffen ist, wie bei dem Krieg in Afghanistan nach 1979, der zehn Jahre gedauert hat und Russland dann die Sowjetunion dann doch abziehen musste, die Truppen. Also es ist auch für Russland eine Gefahr, wenn der Krieg fortschreitet, aber natürlich insbesondere für die Ukraine. Und wir sehen diese zivilen Opfer und das muss aufhören. Und jede diplomatische Lösung vorerst einmal oder alle Vorschläge, die dazu führen könnten, zu einer Lösung zu kommen, sind jetzt willkommen. Ich möchte kurz zurückkommen auf 1979 und auf Afghanistan. Damals haben ja die Amerikaner unverhohlen die Taliban unterstützt gegen Russland. Beziehungsweise hat man versucht, es zu verheimlichen. Aber Russland wird vermutlich gewusst haben, woher die Waffen kommen, auch wenn das israelische oder chinesische waren. Ja, das passiert jetzt auch. Natürlich, das passiert jetzt auch. Selbst die ähnlichen Waffen werden jetzt an die Ukraine geliefert, wie die Stingerraketen. Das ist natürlich passiert. Aber die USA haben nicht direkt eingegriffen. Und wir hatten im Kalten Krieg mehrere dieser heißen Kriege, wo es so umstrittene Zonen waren, wo die Einflusszonen nicht so klar waren wie in Europa damals. Also Korea, Vietnam, eben Afghanistan. Wenn eine Supermacht, Nuklearwacht, involviert war, hat die andere nicht direkt eingegriffen. Aber indirekt natürlich mit Waffenlieferung, Unterstützung von Milizen. Alles das, was jetzt da auch passiert. Also es ist nur zu hoffen, dass die USA und die NATO nicht hineingezogen werden in den Krieg. Aber natürlich zuschauen ist auch schlecht. Also die einzige Möglichkeit ist jetzt auch für die NATO-Staaten, damit die NATO-Staaten und die USA nicht in einen großen Krieg involviert sind, dass die die Initiativen ergreifen müssen und auch mit Zelensky reden müssen, dass jetzt die Gefahr besteht, dass dieser Krieg eskaliert und dass man ihn nicht mehr begrenzen kann auf ukrainisches Territorium. Das ist eine Gefahr für alle. Es gibt schon Einzelne, die sagen, es wäre ein Stellvertreterkrieg. Denn eigentlich geht es ja zwischen Russland und den USA ums Eingemachte. Sehen Sie das auch so? Ja, nicht ganz. Es geht um Einflusszonen. Es geht um Einflusszonen. Und Russland war vor allem in Dornen im Auge. Die NATO-Erweiterung, die es gegeben hat, bis zur russischen Grenze mit den baltischen Staaten. Und dann natürlich jetzt Ukraine und Georgien sind auf der Tagesordnung. Und Putin hat das auch immer wieder gesagt, dass er das nicht akzeptieren würde. Leider hat er versucht, mit einem völkerrechtswilligen und einem brutalen, gewaltsamen Krieg das zu verhindern, dass die NATO sich weiter ausweitet. Aber es geht um Einflusszonen. Und die Ukraine ist ein umstrittenes Gebiet. Und die Einflusszone da ist nicht klar. Sowohl die NATO aus der Westen als auch Russland sehen die Ukraine als Einflusszone. Also die einzige Lösung wäre, die man anstreben können, die für alle gesichtswahrend ist, eine neutrale Ukraine, wo kein NATO-Beitritt, kein garantierter NATO-Beitritt. Natürlich aber mit Abzug der russischen Truppen vom ukrainischen Territorium. Das wäre sozusagen die Lösung, die sowohl der Ukraine als auch Russland helfen würde, das Gesicht zu wahren. Und die anderen Fragen müsste man dann natürlich lösen. Also wie Donbass und die Krim. Da kann es Autonomieregelungen geben. Auch bevor diese große Frage garantiert, kein NATO-Beitritt nicht gelöst wird, wird wahrscheinlich Putin den Krieg weiter fortführen. Wir hoffen natürlich alle, dass es nicht weiter eskaliert. Aber bevor verhandelt werden kann, muss es einmal einen Waffenstillstand geben. Wie sind denn da Ihre Informationen? Hat es denn schon mal einige gegeben? Aber die waren definitiv zu kurz bis jetzt. Und es sind ja auch immer wieder Karabahnen und Kolonnen von flüchtenden Menschen angegriffen worden. Ja, also Waffenstillstand heißt für mich mehr als nur kurzfristige Einstellungen vor der Kampfhandlungen, damit die Convoys auch durchkommen können. Und das funktioniert, wie wir sehen, also auch nicht wirklich. Also ein Waffenstillstand muss da sein. Und in dieser Zeit müssen die Verhandlungen fortgesetzt werden oder intensiviert werden. Meine Verhandlungen, während der Krieg sich fortsetzt, während er so geschossen wird, sind immer sehr schwierig. Wenn man immer wartet, macht man nicht doch vielleicht noch militärische Gewinne, dass ich am Verhandlungstisch mehr herausbekommen kann. Es muss einen Waffenstillstand geben, wo vorerst einmal die Waffen schweigen. Und vielleicht kommt man dann dazu, dass man sagt, man kommt zum Abzug der russischen Truppen, aber auch die Ukraine muss sozusagen wahrscheinlich ein Zugeständnis machen. Kommen wir noch mal ein bisschen auf die Kriegshandlungen zurück. Sie haben es vorher schon betont, es ist extrem brutal, extrem grausam. Man sieht auch immer wieder Bilder von verletzten Journalisten. Ich glaube, es hat sogar ein Todesopfer gegeben unter den Amerikanern. Wie gesagt, die Flüchtlinge, denen wird nicht die Chance gegeben, aus den gefährdeten Gebieten rauszukommen. Es war zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, im Jugoslawien-Konflikt so, dass es ein stillschweigendes Abkommen gegeben hat, dass keine Atomkraftwerke angegriffen werden. Jetzt hat es da schon Zwischenfälle gegeben. Ist dieser Konflikt tatsächlich auf einem neuen Level? Dieser Konflikt, der große Stratege Karl von Clausewitz im 19. Jahrhundert hat gesagt, dass jeder Krieg stets zum Äußersten drängt. Und wir sind in dieser Situation, dass der Krieg eine Eigendynamik entwickelt hat, die schwer zu stoppen ist. Natürlich hat es immer wieder Kriege gegeben, wo man gesagt hat, man ist doch zu einer Verhandlungslösung gekommen. Aber der Krieg selbst, an und für sich, steigt immer auf eine höhere Ebene. Also das Ziel ist die Niederwerfung des Gegners nach Clausewitz. Und wenn das Ziel nicht aufgegeben wird, wird der Krieg also weiterführen. Also man muss sozusagen jetzt versuchen, die Kriegsdynamik vorerst einmal zu stoppen, weil letztlich wird das zu einer Zerstörung sozusagen ein Großteil der Ukraine führen. Und Russland wird die Ukraine nicht besetzen können. Das wird nicht gehen auf die Dauer. Also das kann nicht das Kriegszell von Russland sein. Das wird ein Abnutzungskrieg sein. Und deswegen muss Russland sozusagen auch einsehen, dass der Krieg für Russland also nicht sehr viel bringt, außer auf dem Verhandlungstisch vielleicht diese Lösung über die NATO. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Die Ukrainer fordern jetzt immer wieder eine Flugverbotszone, aber das wäre eben ein Eingreifen der NATO in die Kriegshandlung. Das ist insofern unmöglich. Aber was soll man den Ukrainern denn sagen? Dass man versucht, etwas zu tun, die merken halt nicht viel davon. Also weitere Waffenlieferungen sind vorerst vielleicht helfen den Ukrainern, aber langfristig doch nicht für sie. Ihre Armee ist zehnmal kleiner als die der Russischen. Und die Ukrainer werden keinen militärischen Sieg davontragen können. Ich meine, das hört man wahrscheinlich nicht sehr gerne, aber es wird so sein, dass Russland Gewinne macht. Also man kann das hinauszögern, dass die Ukraine jetzt verliert auf den Schlachtfeld. Aber die Ukraine kann auch nur gewinnen, wenn es zu einer diplomatischen Lösung kommt. Ich meine, es kann auch sein, dass letztlich die Ukraine nach einem langwierigen Krieg dann vielleicht geteilt wird, wie nach dem Koreakrieg. Drei Jahre Krieg, den hat man in Korea geteilt. Sowas kann jetzt auch noch passieren, was die Ukraine sicherlich nicht haben will, weil sie verliert dann natürlich ihre territoriale, integrierte Souveränität, für die sie jetzt kämpft. Aber es zahlt sich jetzt nicht aus, für einen NATO-Beitritt zu kämpfen, der ohnehin eine Schimäre ist, der ohnehin nicht stattfindet. Warum sollen Menschen dafür sterben? Das wäre sozusagen ein leichter Kompromiss, den auch die Ukraine eingehen könnte. Und ich glaube, auch die USA und der Westen sollten darüber mit Zelinski reden. Wenn wir uns natürlich alle wünschen würden, dass die Ukraine frei ist und ihre Souveränität zurückbekommt und die russischen Soldaten abziehen. Aber das wird wahrscheinlich in der jetzigen Situation nicht mehr so leicht der Fall sein.